Die Zombies Die Zombiefigur ist in der Mythologie und Fantasie eine erschreckende Kreatur, die in Geschichten, Filmen und Spielen vorkommt. Zombies sind untote Wesen, die von Menschen in gefährliche, fleischfressende Kreaturen verwandelt wurden. Die Geschichte der Zombies hat ihre Wurzeln in afrikanischen Traditionen und Legenden. In diesen Geschichten wurden Menschen durch Magie oder Hexerei in Zombies verwandelt. Diese Mythen spiegeln die Angst vor dem Tod und übernatürlichen Kräften wider. Im Laufe der Zeit verbreitete sich die Zombie-Geschichte in anderen Kulturen auf der ganzen Welt und wurde in Filmen, Büchern und Spielen bekannt. Die Geschichten und Arten von Zombies sind vielfältig und bieten eine spannende Bandbreite. Eine der bekanntesten Zombie-Geschichten ist Night of the Living Dead aus dem Jahr 1968. Einer der ersten Filme, in denen Zombies populär dargestellt wurden. Die Geschichte handelt von einer Gruppe von Menschen, die in einem verlassenen Haus eingeschlossen sind und von Zombies angegriffen werden. Später kam die Serie The Walking Dead, die von Überlebenden in einer Welt voller Zombies erzählt, die versuchen am Leben zu bleiben und einen sicheren Zufluchtsort zu finden. Mit dem Fortschritt der Technologie und Kreativität in der Film- und Spielindustrie wurde der Zombie immer populärer und die Geschichten wurden vielfältiger. Es wurden verschiedene Ursprünge der Zombies präsentiert, wie gescheiterte wissenschaftliche Experimente oder mysteriöse Epidemien, die Menschen in Zombies verwandeln. In der heutigen Zeit findet man die neuesten Informationen über Zombies in aktuellen Filmen, Serien und Spielen, die dieses Konzept auf neue und aufregende Weise erkunden. Diese Informationen können verschiedene Erklärungen für die Verwandlung von Menschen in Zombies umfassen, wie tödliche Viren oder magische Einflüsse. Darüber hinaus können Zombie-Geschichten in der virtuellen Welt von Videospielen, Literatur und Comics variieren. Zombies können auf erschreckende und gewalttätige Weise oder humorvoll und leicht dargestellt werden. Es gibt einige aktuelle detaillierte Informationen über Zombies. Moderne Zombies. In der Populärkultur werden Zombies als untote Wesen betrachtet, die durch biologische Faktoren, Viren oder Magie verwandelt werden. Man glaubt, dass Zombies kein Bewusstsein oder menschliche Intelligenz haben und durch Aggressivität und unstillbaren Hunger gekennzeichnet sind. Kulturelle Ursprünge. Obwohl Zombies ursprünglich in afrikanischen und karibischen Kulturen verankert waren, haben sie sich mittlerweile weltweit verbreitet. Zombies können verschiedene Ursprünge in lokalen Mythen und Traditionen haben, wie Ghoule und untote Geister. Zombies in der Populärkultur. Zombies sind zu einem bekannten Symbol in Filmen, TV-Serien und Videospielen geworden. Die Videospielreihe Resident Evil ist berühmt für ihre Geschichten über Zombies und böse Biologie. Die Serie The Walking Dead wurde als TV-Serie sehr beliebt und beleuchtet das Überleben von Menschen in einer von Zombies bevölkerten Welt. Zombies in der Literatur. Der Roman World War Z von Max Brooks ist einer der bekanntesten Romane, die sich mit dem Zombie-Thema befassen. Das Buch erzählt die Geschichte des Überlebens gegen die Zombie-Epidemie und bietet eine vielfältige Perspektive durch Zeugenaussagen unterschiedlicher Charaktere. Zombies in der Wissenschaft. Das Konzept der Zombies wird in den Sozialwissenschaften und der Philosophie verwendet, um menschliches Verhalten und soziale Kontrolle zu untersuchen. Zombies werden oft als Symbol für geistlose Ähnlichkeit und kollektive Unterwerfung betrachtet. Zombie-Eigenschaften. Zombies werden oft als langsame, hirnlose Kreaturen dargestellt. Sie haben normalerweise verfallene Körper, bleiche Haut und zeigen Anzeichen von Verwesung. Ihr Gang ist schlurfend und unkoordiniert. Zombies sind berühmt für ihren unstillbaren Hunger nach menschlichem Fleisch oder Gehirnen. Verwandlung von Menschen in Zombies. Es gibt verschiedene Darstellungen davon, wie Menschen zu Zombies werden. In einigen Geschichten werden sie durch den Biss oder die Berührung eines Zombies infiziert. In anderen Geschichten können Menschen durch den Kontakt mit infiziertem Blut oder anderen Körperflüssigkeiten verwandelt werden. Es gibt auch Fälle, in denen Zombies aus den Toten auferstehen, ohne dass eine Infektion erforderlich ist. Zombie-Apocalypse. Eine beliebte Erzählung rund um Zombies ist die Idee einer Zombie-Apocalypse, in der die Welt von Zombies überrannt wird. Die Überlebenden müssen gegen die untoten Horden kämpfen, während sie nach Nahrung, Unterkunft und einem sicheren Ort suchen. Diese Erzählung bietet oft ein Spannungsfeld zwischen den Überlebenden, da sie nicht nur gegen die Zombies, sondern auch gegen andere Überlebende um Ressourcen und Sicherheit kämpfen müssen. Bekannte Zombie-Filme. Neben Night of the Living Dead gibt es eine Vielzahl bekannter Zombie-Filme. Dazu gehören Filme wie Dawn of the Dead, 28 Days Later, Shaun of the Dead und Zombieland. Jeder Film hat seinen eigenen Stil und Ansatz für das Zombie-Genre, von Horror bis hin zu Komödie. Zombies in der Popkultur. Zombies haben einen festen Platz in der Popkultur eingenommen. Sie sind nicht nur in Filmen, sondern auch in TV-Serien, Videospielen, Comics und Büchern präsent. Beliebte TV-Serien wie The Walking Dead und Fear the Walking Dead haben das Zombie-Genre weiter vorangetrieben. In Videospielen wie der Resident Evil-Reihe, Left 4 Dead und Dead Rising können Spieler gegen Zombies kämpfen oder in einer von Zombies bevölkerten Welt überleben. Zombie-Mythologie weltweit. Obwohl Zombies oft mit der westlichen Popkultur assoziiert werden, gibt es auch in anderen Kulturen ähnliche Geschichten und Vorstellungen von Untoten. Zum Beispiel gibt es in der haitianischen Voodoo-Religion den Glauben an Zombies, die durch Voodoo-Zauber oder Drogenkontrolle erschaffen werden. In der chinesischen Mythologie gibt es die Vorstellung von Jiangxi, einer Art von Zombie-Geist, der nachts umherwandert. Zombie-Überlebensstrategien. Hier sind einige bekannte Strategien, um in einer Zombie-Apokalypse am Leben zu bleiben. Isolation an einem starken und befestigten Ort ist eine grundlegende Strategie. Der Ort sollte in der Lage sein, Zombie-Angriffe abzuwehren und grundlegende Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Selbstverteidigung zu bieten. Dieser Ort kann Lagerhäuser, befestigte Gebäude oder natürliche Schutzzonen wie Höhlen umfassen. Sammeln von Vorräten und Ressourcen. Überlebende müssen notwendige Vorräte sammeln, um am Leben zu bleiben. Dazu gehören nicht verderbliche Lebensmittel, trinkbares Wasser, wesentliche Werkzeuge, medizinische Versorgung und Verteidigungsmaterialien wie Nah- oder Fernkampfwaffen. Die Planung für die Beschaffung erneuerbarer Ressourcen ist ebenfalls wichtig. Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Überlebenden. Die Zusammenarbeit mit anderen Überlebenden kann die Überlebenschancen erhöhen. Überlebende können Ressourcen und nützliche Informationen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Es ist wichtig, vorsichtig BE der Interaktion mit anderen zu sein und deren Glaubwürdigkeit und Absichten zu überprüfen, bevor man zusammenarbeitet. Vorsichtiges Bewegen. In einigen Fällen ist es notwendig, den sicheren Ort zu verlassen und an andere Orte zu gelangen. Dies sollte sorgfältig und unter genauer Risikobewertung erfolgen. Verfügbare Transportmittel wie Autos oder Motorräder können genutzt werden, aber sie sollten gesichert und mit ausreichend Treibstoff und notwendiger Wartung ausgestattet sein. Verteidigung und Angriff. Es kann notwendig sein, sich vor Zombie-Angriffen zu verteidigen und den sicheren Ort zu schützen. Geeignete Verteidigungswerkzeuge wie Schusswaffen oder Nahkampfwaffen sollten bereitgestellt werden. Der richtige und effektive Umgang mit ihnen erfordert Schulung. Angriff kann auch genutzt werden, um Zombie-Ansammlungen zu beseitigen und ihre Anzahl zu reduzieren. Überwachung und Spionage. Überlebende sollten wachsam sein und ihre Umgebung im Auge behalten. Optische Geräte wie Kameras oder Nachtsichtgeräte können für die Fernüberwachung verwendet werden. Es ist wichtig, über aktuelle Ereignisse informiert zu bleiben und Informationen über die Bewegungen und Ansammlungen von Zombies zu erhalten. Taktik und Planung. Das Überleben unter solch extremen Bedingungen kann psychisch belastend sein. Es ist wichtig, sich um die psychische Gesundheit zu kümmern und mit Stress, Angst und Isolation umzugehen. Das Stärken des Teamgeistes, Entspannung und Unterhaltung können helfen, die psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Danke für das Ansehen. Hoffentlich hat Ihnen der wertvolle Inhalt gefallen. Abonnieren Sie unseren Kanal für mehr spannenden Inhalt. Besuchen Sie unseren Online-Shop für hochwertige Produkte. Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Rabatten. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir liefern weiterhin wertvollen Inhalt. Abonnieren Sie unseren Kanal und besuchen Sie unseren Shop für Ihre Bedürfnisse. Gemeinsam bauen wir eine helle Zukunft auf. Danke und bis bald.